so ein freudiges hallo liebe liebe kriegsveteranen und ja meuchelmörder und und abschlacht kollegen da draußen ja wie ihr seht meine lieben ich bin ja ich bin mal wieder in einem kostenlosen spiel ich habe euch das ja vor kurzem mal vorgestellt das battlefield play for free und mittlerweile habe ich mir bereits auch schon einen weiteren charakter gemacht diese nennt sich van bergen one hit denn mein erster charakter der sniper das war ja absolut überhaupt nichts für mich mittlerweile bin ich sogar schon assault staff sergeant level 13 kurz vor level 14 und möchte ja so ein bisschen bisschen euch zeigen wie ich so ein bisschen am datteln bin und ein bisschen ja ich will fast sagen es ist vielleicht ein let's play ohne ohne festen sendeplan immer wieder wenn ich lustig bin und bock habe dann ziehe ich mir rein ihr seht gerade es ist samstag kurz vor drei die beste zeit um ein bisschen im ins schlachten getümmel einzusteigen was wollte ich machen ja erstmal muss ich euch ja zeigen ich brauche diese waffe hier die veterans aek die muss ich mir jetzt gerade noch für einen tag zu kaufen so und dafür muss ich get more battle funds ich will keine battle funds ich will einfach nur hier für meine 1500 credits willigende waffe haben freundchen so und dann will ich hier noch so ein adrenalin spritzer haben mittlerweile habe ich auch schon ein bisschen geskillt ich kann sogar ich kann sogar schon helikopter fliegen fliegen flugzeuge fliegen kann drei granaten mit mir rumschleppen im nächsten level mache ich den sack auch zu hier und dann kann ich vier granaten rumschleppen aber lange rede kurzer sinn kaufe ich mir noch ein paar bandagen ich habe noch sechs stück wir kaufen wir noch ein paar bandagen zack fünf bandagen kosten 200 coins ich hab's ja ich hab's ja dicke geben auf home da müsste ich mal rein gucken ich hab noch 2300 coins ok meine lieben dann würde ich sagen play now so liebe leute wie ihr seht ich bin schon drin schon drin vor ist doch gleich ein panzer da werfe ich meine bombe granate zack 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 noch mal eine hu 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 so flacke captured so äh karte ist oman und ich werde so ein bisschen rumdagen hier mal gucken was sich ergibt so absehen erwischt gott sei dank oder stecken oder die bald gleich mal verband rein hauen der ist aber akkurt müssen wir gucken die karte müssen uns mal vorhin und das sind meine ganzen jungs hier Die ganzen kaputten Hier ist doch irgendwie total hart Da kommen aber immer nur Panzer angefahren Hier ist doch die Kacke So komme ich ja niemals zu Potte hier, wenn hier immer nur Panzer rumgeistern So Ich habe auch Ich stehe hier auch irgendwie total beschissen Weil ich Och ich gehe aber mal raus Was soll der Terz Holen wir uns doch mal Ein Auto Oh, nix da Okay, das ist schlecht, jetzt können sie gleich von den beiden Seiten kommen Kein Fahrzeug da Nix Hmm Wird sicherlich nicht lang dauern Dann kommen die von da vorne angeistert Hier ist doch schon Da wird doch schon geballert Wie verrückt Wo sind die denn Sind die schon hier drin oder was Mann Ich habe auch keinen Feind gesehen Außer im Panzer Feind Lass dich blicken Ja, wie gesagt Das Battlefield Geschichte ist auch kein Let's Play Wo ich wirklich viel erzählen kann Weil ich da wirklich Halbwegs konzentriert unterwegs bin Äh, um auch wirklich zu Potte zu kommen Da Dodge Ja, ich habe ihn noch getroffen Luftunterstützung Äh, Bodenunterstützung Ja, da ist ein Jetzt, jetzt, jetzt habe ich ein Fahrzeug Jetzt habe ich Jetzt haben sie einen Jetzt haben sie einen Arsch gemacht So Da vorne ist einer Wow Der haut auf Da haut mir drauf Wo ist denn der Da ist der Boah, der hat mir eine Granate hingeschmissen Die Sau Gibt's denn das Wo ist er Schweinehund Da ist noch einer Fuck, jetzt haben sie mich Die Sau Ja, das war ein Satz mit X Das war wohl nix, ne Aber der kommt ja doch schon Da kommt ja doch schon Komm her Boah, das ist ja da von rein Da ist er reingelaufen Da ist er doch Die Ratte Granate Boah, das ist doch unglaublich Aber Kieler ist jetzt Hammer noch nicht Das ist gut So Ja, leck mich doch Da stehen die da oben Auf der So Auch nicht schlecht Auch nicht schlecht So Komm, wieder rein in die Karte Oh Das hat mich jetzt erwischt Das hat mich jetzt erwischt Das krieg ich nicht hier mit dem Teil mal Einen Hubschrauber von hinten geholt Sicherlich, oder? Ist einer von meinen? Nein Nee, auch nicht Irgendwie Irgendwie ist in der Karte hier der Wurm drin Wir haben auch wirklich hier grenzenlos verloren Da hinten da einer Boah, ist der so gut Unglaublich Ihr seht Negative Kill-Death-Ratio Habe ich nicht wirklich viel zu melden hier in dem Laden Hier komme ich auch nicht rein Das ist die ganze Hunde Da war Da ist er So Da ist der andere Arsch Arschhund Bisschen fluchen Dann läuft das meistens auch Hier im Showgeschäft Da oben ist der nächste Da oben Der schießt ja da vorrei Ja, das ist der Ja, nun Ist der Kampf doch vorbei Haben wir doch verloren So Fahren wir noch ein bisschen rum Gut Das war ein Verlust Auf ganzer Linie Bin ja auch erst in den Kampf eingestiegen Also Ab in die nächste Runde So, liebe Leute Gleiche Karte Neues Spiel Aber jetzt sitze ich im Heli Als MG-Schütze Dann wollen wir doch mal schauen Ob das besser läuft Oh, der macht aber hier einen guten Flug Schön über Wasser Dann lass uns nicht absaufen Mal gucken, wie das läuft hier mit dem Bestimmt Also so wie der fliegt Das ist hier richtig geil Oh ja, der ist ein guter Das ist ein guter Flieger Der Henning ist ein guter Ficker So, meine Lieben Wie ihr seht Ich habe zwar noch keinen Fall die Blinde bekommen Aber Wir müssen mal kicken Er hat hier einen guten Draht Ach, kriege ich die denn nicht Die Blinde So Wie fliegt er denn? Er fliegt nicht gerade Er fliegt nicht gerade Schützenfreundlich Der Ballert wird doch alle kaputt hier Der ist gut Der fliegt gut Aber ich habe da keine Chance Irgendwie auch mal was abzuschießen Seht ihr das? Wie das hier Da Ne, da habe ich keine Chance Da kriege ich nichts vor die Flinte So wie der fliegt Ist ja Wahnsinn Jetzt fängt er uns zurück Gut, ja, dann sitzen wir halt mal Dann sitzen wir halt mal in einem Flieger Mit einem richtigen, richtigen Porno-Rösen-Piloten Das ist wirklich mal interessant zu sehen Weil ich selber bin wirklich gar nicht so ein So ein guter Helikopter-Pilot Die Frage ist halt Ist er wirklich so gut? Er sieht für mich halt nur so gut aus Ich mache mal die SMG leer Damit er mal nachladen kann Okay, da bin ich drauf Da ist er doch Das darf ich nicht Jetzt habe ich doch einmal getötet Na, geht uns Oh Ich steige mal aus, liebe Leute Ich steige mal aus Das ist mir Doch ein bisschen zu Zu langweilig Was ist denn da jetzt hingeflogen? Hat sich ein Auto zerlegt? Okay Ich will ja noch ein bisschen mitspielen Ich will ja auch mal was kaputt schießen Und wenn der mir ständig da so rumfliegt Dann bin ich ja niemals Wie ist denn? Hat der das jetzt kaputt geflogen? Das ist ja geil Also hier bin ich ja auf einem Server gelandet Hier ist jeder zweite Der absolute Megapro Ist ja total abgefahren Oder bin ich ja 8 zu 0 Der eine da Krass Ich will mich mal So ein bisschen hier vortasten So Da sind sie doch alle Da oben Da kann ich doch ein bisschen mitschießen Cool Immer schön rein da Immer schön rein da In die Gruppe Da haben sie nichts zu lachen Schön So Und der nächste bitte Aufpassen Oh jetzt haben sie mich erwischt Jetzt haben sie mich gesehen Jetzt haben sie mich gesehen Dann ziehe ich mir doch mal Gerade ein Verband rein Und dann kann ich mich wieder da positionieren Wenn alles gut läuft Okay Und dann gehen wir den Gel Oh Und eben fix nachladen Und eben fix nachladen Na Der geht aber schon gleich raus Oder soll ich mir Schieb ihn doch mal ab den Hunter So Dann gucken wir doch mal Es wäre doch gelacht Wenn wir da nicht noch ein paar Kills rauskriegen müssen Im Haufen Da sind sie doch alle Wow Ne doch nicht Der hat sich jetzt vorgekämpft Habt ihr gesehen? Der hat gewusst dass ich da noch stehe Der hat das gesehen Der hat das gerochen Der zack Der muss da oben noch sitzen Wir werden hier übernehmen Gut Heute geht's Bitte Oh Oh Das Panzer Ich brauch nur irgendwie ein Fahrzeug Damit ich mal ein bisschen vorwärts komme Das ist alles ein bisschen hier Ein bisschen Oh da Kann ich das nicht holen Jetzt Freut mich das holen Ich brauche es Ja Ja So viel zu dem Thema Ne Meine Güte Ist das so schwer Jetzt Den müssen wir rumheizen Jetzt wollen wir doch mal ein bisschen hier Ein bisschen Ein bisschen rumheizen Im WG So Ich wollte mal auf C fahren Vielleicht können wir das ja Einnehmen Oh Da ist einer Stirb Da ist der andere Ist auch noch einer rumgelaufen eben Wo war er denn jetzt? Ich hab auch nur noch Ich hab wirklich nur noch Ich hab wirklich nur noch Meine Güte Acht abgeben Da Dann bin ich ja echt keine Da Jawohl Erwischt Da kommen die anderen Da sind sie doch schon Und die hab ich auch erwischt Und die hab ich auch erwischt Und die hab ich auch erwischt Die hab ich auch erwischt Gute Serie Und abhauen Meine Karre ist fast im Arsch Hol' ich mir mal lieber die da Und mal ordentlich fix nachladen Und wieder hin Rum 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 Sehr schön Gecaptured Gecaptured Oh Jetzt hat mich wieder aufs Dach gelegt Oh der Panzer Der Panzer Der hat sich jetzt hat's nicht erwischt Nein 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 Oh ich hab sogar gute Ratio Also 7 zu 2 Das ist doch gar nicht so verkehrt So Okay der Panzer will mich auf jeden Fall nass machen Ähm Ich sag mal dass ich den gesehen hab Enemy Tank Identified Enemy Tank Identified Oh da oben ist er Oh da oben steht noch einer Seht ihr den da oben? Den krieg ich so nicht Brauch ich meine Waffe Die gute Steht der da oben? Und dann kriege ich ihn Jetzt hab ich ihn vertreten Jawohl Auch weggenatzt Sehr schön Zickizacki So sieht das aus hier im Showgeschäft Oh da hinten ist auch noch einer Den haben wir auch erwischt Ich hab ne gute Pose eigentlich hier Hier kommt der nächste Der hat auch keine Chance Der hat auch keine Chance Sehr schön Ja hier hab ich ne richtig gute Gute Pose Da kommt ein Thunder wieder von uns Sehr gut So dann geh ich mal ne Meine Knarre nachladen Hm Siehts ein bisschen mau aus Oh Oh Ich lass mal in Ruhe Ja Freund Ich lass mal in Ruhe Ja ich hol mir mal hier den Die Kiste hier Der kann ich mal ein bisschen stiften gehen So Aber da wollte schon jemand Da wollte schon jemand wieder unser Ding einnehmen Habt ihr gesehen? Au Boah das hat mich jetzt da erwischt Okay Ein Platz mit X So weiter geht's Äh äh noch ist die Kunde mit Wir haben aber gewonnen jetzt Wir haben aber gewonnen Das ist gut Den hat's denn da jetzt erwischt Okay liebe Leute Jo Aber Nun Also Das As Untertitelung des ZDF, 2020